Go to the start! Auf dem Eis jetzt der nächste Lauf, der siebte Aussehen, insgesagte Zwolle Pläume. Auf dem Eis ist Nummer 169, Nummer 169, aus Kasachstan, Absalda-Hajda-Eyes, Nummer 134, von France, Thibaut, Berlin, Nummer 104, von Belgium, Nummer 126, Nummer 126, von China, Hu Daji, Nummer 166, Nummer 166, aus Japan, aus Kasachstan, hier ist unsere Zube, eine begangenen Japanese in the leading position. Der Mann aus Japan, in diesem Rennen, aber jetzt kommt Gouda Ejiri, Gouda Ejiri, ist der derzeitige Viertplatzierte im Weltkampf Zukunft über diese Saison, Er platzierte auf dieser Strecke 8000 Meter, er ist weltweite und 500 Meter für einen antideologischen Spieler, als zweiter 500 Meter abgeschlossen, also bei einem sehr hohen Zentimeter mit einem sehr hohen Zentimeter.